Sieht aus wie ein riesiges und zugegebenermaßen ziemlich düsteres zweites Bahia. Tatsächlich aber ist das Regenrückhaltebecken an der Frankenstraße deutlich älter. Steht hier sogar schon seit Ende der 70er Jahre. Auch als Reaktion auf die großen Überschwemmungen von 1946 und 1960 im gesamten Bocholter Süden. Höchste Zeit also, dass die NRW-Klimakommune einmal den Bocholtern ihre Unterwelt zeigt. Und die können sich auch noch gut an die großen Überschwemmungen erinnern. Noch besser aber an die der vergangenen Jahre. Solche plötzlichen Starkregen sorgten im gesamten Münsterland immer häufiger für überflutete Keller und Wohnungen. So wie hier 2009, vor allem im Bocholter Süden. Weil der nämlich niedriger liegt, sammelt sich hier das Wasser. Da stand die ganze Straße, bis hier hinten hin stand das voll Wasser. Und das konnte nicht abfließen. Der Kanal, die Straßen, die Dücker, die schafften das. Das war dann einfach nicht. Ja und dann war dann Holland in Not. Die Leute, die da hinten wohnen, die hatten ja den Keller voll Wasser. Und das hat sich dann Jahr für Jahr immer wiederholt. Das ist ja schon seit Jahren bekannt. Ja und dann ist das hier wohl der Stadt eingefallen, dass man da endlich was machen muss. Die 8000 Kubikmeter nämlich langen nicht mehr für die neuen und plötzlich viel heftigeren Regenfälle. Darum erneuerte die Stadt die Anlagen an der Franken- und Hessenstraße für rund 2 Millionen Euro. Mit stärkeren Pumpen und Maßnahmen gegen einen Rückstau in der Kanalisation. Wir sehen, dass hier am Ende des Gebäudes neue Schlitze reingekommen sind. Dort sorgen wir für eine bessere Verteilung des anfallenden Hochwassers oder Starkregens. Und der wird hier sozusagen zwischengehältert und kann dann über zwei größere Pumpen, die sich hier hinter uns befinden, weitergepumpt werden nach dem Zwischenpuffer. Da der Zwischenpuffer nicht mehr die ganzen Mengen fassen konnte, stand Bocholt vor der Wahl. Entweder ein zweites Becken bauen oder für zwei Millionen Euro eine neue Überflutungsfläche schaffen, die durch die alte Hengen-Ahr und die alte Bocholter-Ahr praktischerweise in Teilen schon da war. Wir haben es unten im Gebäude gesehen an der Schlitzung der Wände. Sollte das Kanalnetz nicht mehr ausreichen und sollte diese riesige unterirdische Halle von 8000 Kubikmeter nicht mehr ausreichen, haben wir dahinter unseren 12.000 Kubikmeter Rückhalterraum in dieser Freifläche alte Ahr noch. Das heißt eine deutliche Zunahme an Sicherheit in Starkregenfällen und gleichzeitig eine Aufwertungsfreiung. Zwischen dem Bürgerpark Mosse und der Bocholter-Ahr entsteht so an Hengen-Ahr und Alter-Ahr bei schönem Wetter für Radfahrer und Fußgänger ein durchgehender Park. Bei extrem schlechten Wetter notfalls dann ein Überflutungsgebiet, das dann die Bocholter-Keller möglichst trocken hält. Angesichts der Unwetter, die 2014 schon an Bocholt vorbeischrammten und anderswo im Münsterland herunterkamen, kann auch das neue Regenrückhaltebecken keine Wunder vollbringen. Wir haben es gesehen in Münster am 28. Juli, als dieser junge Mann auf diese Luftmatratze gegangen ist, an der Überwasserkirche vorbeigefahren ist, die nicht mehr ihren Namen verdient. Bei diesen Wassermassen muss man sagen, das ist extrem. Auch da ist eigentlich ein Kanalnetz nicht für auszulegen. Das kann sich keiner wirtschaftlich leisten, ein solches Kanalnetz für diese Ausnahmeregenfälle zu leisten. Aber alles, was da drunter ist, soll möglichst gepuffert werden. Und das war unser Ansatz, dass wir hier einen Beitrag dazu leisten. Die Universität Duisburg-Essen machte 2011 den virtuellen Regenstresstest für Bocholt. In einer 3D-Animation zeigte sie, wo sich trotz aller Maßnahmen, wie zuletzt in Münster, Regenwasser sammeln kann. Damit die Bocholter am Ende nicht doch in die Röhre gucken, sollten sie daher auch privat vorsorgen, wie sie ihren Keller auf mögliche Überschwemmungen vorbereiten.